Hallo ihr Lieben! Heute gibt es von mir mal keine Kartenbastelei, sondern eine schnelle Halloween-Deko-Idee für einen Kürbis mit einem Dot-Painting. Und zwar möchte ich mir das Teil eigentlich vor die Haustür legen. Das sieht super aus auf einem umgedrehten rostigen Eimer, auf einer riesigen Konservendose. So einen Teil habe ich tatsächlich für solche Felle im Keller. Die ist schwarz angesprüht, matt-schwarz. Das sieht aber auch toll aus, wenn man die nachher umdreht. Sozusagen eine Seite ist offen, die andere ist geschlossen, also da kann man was drauflegen oder was reinstellen. Wenn man da ein Schleifenband drum bindet, sieht es auch für andere Anlässe toll aus. Und ich bemale hier diesen Kürbis. Den könnt ihr auch super auf so einen Süßigkeiten-Tisch, also eine Candybar stellen. Einfach schwarzes Stoffstück drauf, Kürbis und ein paar Süßigkeiten. Und dann sieht das Ganze schon sehr stimmungsvoll aus. Ich habe hier verwendet so kleines Töpfchen Bastelfarbe. Damit habe ich mal angefangen. Ich habe dann nachher irgendwie gemerkt, so upsie, also die Farbe ist ja wohl gleich weg. Ich habe dann nachher noch Acrylfarbe genommen. Ihr könntet auch Window Color nehmen. Das habe ich in vergangenen Jahren auch schon gemacht. Das hat natürlich den Vorteil, dass das gleich so eine Auftragsspitze hat und dass man damit auch sehr filigrane Muster machen kann. Damit könntet ihr zum Beispiel auch super schreiben. Wichtig ist, dass das, wenn ihr sowas nehmt, dass ihr Konturpaste nehmt, weil sonst zerläuft es nämlich. Ich meine, zerlaufen kann natürlich auch voll cool aussehen, dass ihr da so einen Drip-Effekt habt. Aber ja, also wenn ihr damit wirklich irgendwelche klaren Kanten malen wollt, dann sollte es Konturpaste sein. Ich nehme hier jetzt mal diese Bastelfarbe. Das ist irgend so ein Action-Pöttchen, das ist, ich weiß nicht, irgendwas wasserlösliches. Und zum Tupfen machen nehme ich hier diese Stäbchen. Da hat meine Tochter letztes Jahr Weihnachtsgeschenke für die gesamte Familie mit getupft. Ihr könnt aber alles nehmen, was flach ist. Zum Beispiel hier so einen dicken Stift oder eben alles, was wirklich eine flache Geschichte hat. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ganz feine Pünktchen haben wollt, hier vorne so einen runden Bleistift nehmen oder so. Guckt einfach mal oder einen Schaschlik-Spieß oder so. Wie groß euer Kürbis ist, was ihr so zu Hause findet. Zum Vorzeichnen habe ich hier diese Stabilo-Allstifte genommen. Könnte man bestimmt auch mit einem Edding machen. Ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn man die Kontur nicht wegbekommt. Und das sind eigentlich Buntstifte. Die sind aber irgendwie wie so ein bisschen fettig. Die malen auf Papier, Glas, Plastik und Metall, wie hier so schön drauf steht. Und da steht auf dem Weißen steht auch drauf Aquarellierbar. Stellt die Kamera gerade nicht scharf, ne? Naja, egal. Also vielleicht kann man dafür auch Aquarellstifte nehmen. Vielleicht, wenn ihr die in Wasser tunkt oder so, dann malt das da auch. Und hier, guckt mal, das ist die Bestellnummer. Ich glaube, die gibt es noch. Meine sind tatsächlich schon, ja, echt alt. Aber die halten auch ewig und die sind zum Vorzeichnen manchmal eben echt ganz gut. Wie gesagt, also ich glaube, wenn ihr da einen Aquarell-Buntstift habt und den in Wasser tunkt, geht das auch ganz gut. So, und jetzt muss ich hier nochmal die Kamera treffen. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch irgendwie... Ah ja, guckt mal hier, jetzt wird es besser. Und zwar habe ich mir da zuallererst meine Buchstaben aufgezeichnet. Bei mir sollte es eben ein einfaches Buh werden. Und ja, ihr seht, ne? Also da ist auch so ein kleiner Zacken reingekommen und so. Für Halloween schadet das ja gar nichts. Wenn die Hexen unterwegs sind, die haben ja auch immer alles schief und krumm. Und da müssen wir uns jetzt nicht solche großen Gedanken drum machen. Hier meine O's. Ich habe leider die Unterkante der Kamera jetzt da nicht getroffen, beziehungsweise die Unterkante vom Kürbis. Aber ihr seht, ich habe mir quasi vier Eckpunkte gemacht. Und so mache ich das jetzt auch für den Innenkreis von dem O. Und da zeichne ich mir einfach so ein Oval drumherum. Also wieder einen Punkt an der Seite. Na, spitze, jetzt habe ich die Kamera ja wirklich gar nicht mehr getroffen. Einen rechts, einen links, einen oben, einen unten. Und dann verbinde ich... Guck mal, da habe ich nochmal nachjustiert. Da verbinde ich diese Punkte einfach eben so ein bisschen freihand. Ihr seht, das sind jetzt keine haargenauen Buchstaben oder so. Aber ja, wie gesagt, ist ja Halloween und da kommt es nicht ganz so drauf an. Da ist jetzt die fertige Schrift, das fertige Buh. Und im Folgenden tupft ihr euch die Farbe mit dem größten ausgewählten Stäbchen da drauf. Also ihr tunkt dann euer Tupfstäbchen einfach in die Farbe, egal ob ihr nun Acryl verwendet oder was ihr verwendet, und tupft das dann da drauf. Solltet ihr Acrylfarbe verwenden, von mir noch eine gut gemeinte Warnung. Acrylfarbe lässt sich aus Textilien nur sehr schwer wieder entfernen. Vor allen Dingen, wenn sie einmal ein wenig angetrocknet ist, glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mir da echt schon diverseste Sachen mit verdorben. Also zieht nicht eure ganz tollen Sachen an oder am besten gleich was Schwarzes. So, und jetzt seht ihr schon. Ich fange an und tupfe in keinem regelmäßigen, sondern im Gegenteil in irgendeinem unregelmäßigen Unmuster, also quasi wie es kommt, so ein bisschen in diese Buchstaben rein. Also nicht immer nur oben ansetzen oder rechts ansetzen, sondern mal hier, mal da, dass das so ein versetztes Muster ergibt. Und wenn das jetzt hier nicht so richtig stempelt, dann liegt das natürlich daran, dass der Kürbis keine ebene Oberfläche hat, sondern Riefen. Das macht aber auch gar nichts. Da könntet ihr nachher nochmal mit einem Pinsel reingehen oder aber mit einem kleineren Stäbchen das verteilen. Das mache ich nachher zum Teil. Ich matsche dann da aber auch nochmal drüber, weil mir war das am Ende dann ein bisschen zu ordentlich. Und dann arbeitet man sich immer sozusagen zu kleineren Durchmessern weiter vor und füllt die Lücken, bis sich diese vorgezeichneten Buchstaben so ein wenig füllen. Ich finde ja, der eindeutige Vorteil dieser Variante zu einem Schnitzkürbis ist, dass dieses Schnitzen echt schwierig ist, weil die Wände so dick sind, dass der Kürbis dann anfängt vor sich hin zu rotten. Naja, wenn man das jetzt hier irgendwie so kurzfristig davor macht, dann geht es vielleicht noch, aber die fangen halt sonst echt an zu müffeln. Und wenn man den schält, kann man den sogar noch hinterher verwenden, weil das ganze Zeug sitzt ja nur auf der Schale. So, und ihr seht, ich bin jetzt tatsächlich zu meinem großen Pott Acrylfarbe gewechselt und habe hier angefangen, das Ganze oben zu verzieren. Da bin ich nachher tatsächlich in diesem mittleren Bereich, das war mir irgendwie alles nicht dicht genug, das sollte sozusagen so von dicht zum Rand so ein bisschen ausfransen, dass man oben ganz viel schwarz hat und zu den Seiten, sage ich mal, tropfen die Punkte ein wenig herunter. Da bin ich nachher mit dem Pinsel reingegangen. Das könntet ihr direkt machen. Das wird dann, glaube ich, bedeutend schneller. Ihr seht dann auch, wie ich das gemacht habe. Also ihr könntet da auch oben gleich mit dem Pinsel einmal um den Strunk rummalen und dann mit dem Pinsel tupfen und nur nach außen mit den Stäbchen tupfen, sodass das Ganze optisch so ein bisschen ausfranst. So, ihr seht, ich bin einfach mit dem Pinsel dabei gegangen und habe gar keine neue Farbe genommen, sondern habe einfach getupft. Also da sind auch noch orangene Punkte drin. Und jetzt setze ich außen immer noch mal kleine Punkte dazwischen. Da müsst ihr dann gucken, wann es euch sozusagen optisch gefällt und wann es euch reicht. Meine Tochter ist ja ein sehr großer Halloween-Fan. Die liebt es einfach, sich gruselig zu verkleiden, auch wenn sie mit gruseligen Geschichten so rein gar nichts anfangen kann. Ich glaube, dieses Draußen im Dunkeln mit Freunden rumgeistern, im wahrsten Sinne des Wortes, das findet sie einfach total spannend. Und letztes Jahr hat sie das sogar auch draußen mit Freundinnen gemacht, mit bemaltem Mundschutz. Man kann sich ja was ausdenken. Und dann haben die Eltern einer Freundin im Innenhof irgendwie Feuer in einer Feuerschale gemacht. Das war auch sehr toll. Schauen wir mal, was dieses Jahr wird. So, zu guter Letzt habe ich dann noch mit einem Wattestäbchen die kleinen Reste, die noch sichtbar waren von den Buchstabenumrandungen, weggewischt. Also ich habe das Wattestäbchen angefeuchtet und dann ließ sich das super wegreiben. So, und das ist nun der fertige Kürbis. Das lässt sich auch super mit Kindern selber machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich das auch mit kleineren Kindern super machen lässt. Wie auch immer, ist eine hübsche Deko, wie ich finde. Und euch wie immer viel Spaß beim Nachbasteln. Lieben Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss.